und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemberstein baus heute mal wieder mit einem fund von aliexpress ihr kennt mich wenn ich sachen sehe die im speed champions format sind und die ich noch nicht gebaut habe bzw von herstellern die ich noch nicht gebaut habe dann muss ich diese bestellen und genauso ging es mir bei diesem set hier man bekommt dieses set von einem hersteller den ich ehrlich gesagt nicht kenne für um die zehn euro auf aliexpress ich habe acht euro bezahlt die preise schwanken dort relativ schnell vielleicht kommt ihr auch noch mal eher in richtung acht euro jetzt um die zehn euro wie gesagt ich kenne den hersteller nicht ich kann euch auch nicht den namen verraten aber wenn hier eine bestimmte schildkröte dieses video sehen sollte fühle ich gerne angesprochen und teile deine expertise da würde ich mich sehr darüber freuen wenn du uns hier vielleicht etwas erhellen kannst ich finde dieses set zum einen sehr sehr spannend weil es auf den ersten blick recht gut aussieht dann sehe ich noch ein mini figuren problem da werden wir uns aber anschauen ob diese figur auch wirklich genauso drin ist wie sie hier abgebildet wird und acht euro für ein eight white fahrzeug sind natürlich preislich eine gute ansage ich bin sehr gespannt was uns hier bei diesem supercar erwarten wird und ob wir wirklich eine geschwindigkeitserfahrung sammeln werden die einfach anders ist wie es uns zumindest die anleitung vermuten lässt die anleitung ist schon das erste thema wo auf jeden fall geld gespart wurde was ich aber in dem preisbereich auch völlig gerechtfertigt finde und zwar ist diese weder klammer gebunden noch geklebt sondern wir haben hier eine auffaltanleitung die ich liebe voll grösentechnisch wieder in die kategorie damit kannst du eigentlich deine fenster verdunkeln einordnen würde falls doch mal die zombie apokalypse ausbrechen würde davon abgesehen finde ich die abbildungen sind gerade groß genug von der darstellungs und druckqualität gefällt es mir soweit und es wird nichts ausgegraut sondern alles weiter und in vollfarbe dargestellt was schon gebaut wurde neue steine werden dann in rot gekennzeichnet insgesamt haben wir 57 bauschritte bis wir das beast fertig gestellt haben und ihr habt schon gesehen es werden einige sticker geklebt dieser sticker bogen ist mit dabei auch bei diesem preisbereich völlig in ordnung meiner meinung nach und damit machen wir aus diesem absolut generischen fahrzeug ein anderes absolut generisches fahrzeug was vielleicht einem lamborghini ähneln könnte und irgendwo vielleicht ein namensvetter sein könnte aber das soll es natürlich überhaupt nicht darstellen da sind wir uns denke ich einig doch es gibt natürlich nicht nur die anleitung sondern auch die steine und diese werden in diesem fall formschön in einer plastiktüte geliefert weil das ganze wie gesagt aus china stammt habe ich keine original verpackung dazu sondern das war alles so im polybag über die steine qualität reden wir wie immer während des baus hier jetzt mit einer wundertüte weil ich diese steine bzw diesen hersteller noch nie in der hand hatte ich freue mich auf jeden fall die steine qualität und natürlich noch viel mehr hier zu erkunden und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauschritten wieder wenn man neue dinge ausprobiert ist natürlich die chance immer relativ hoch dass es vielleicht ein kompletter fehlschlag ein kompletter reinfall wird und man damit überhaupt gar keinen spaß hat nun kann man sich fragen warum probiert man denn dann überhaupt neue dinge es gibt natürlich auch noch die möglichkeit dass man richtig viel freude hat und neue dinge kennenlernt die man in zukunft noch öfter haben möchte und genau zu so etwas gehört bisher zumindest dieses set in seinen ersten 37 bauschritten es gibt viele sachen die ich an diesem set hier schon mal sehr positiv hervorheben kann ein punkt davon ist die steine qualität vom verbauen denn das ist ein sehr sehr angenehmes baugefühl etwas weicher als lego trotzdem ist die klemmkraft absolut ausreichend und es macht einfach spaß diese steinchen zu klemmen als zweites das ganze ist ja wirklich preislich eher im günstigen bereich angesiedelt und da finde ich es bemerkenswert dass wir hier wirklich schöne silberne steine haben und das ganze eben nicht nur in grau gebaut ist das finde ich richtig richtig gut und tut einem fahrzeug meiner meinung nach immer gut wenn man eben einen metalli querstrich silberton hat und nicht das typische grau und damit sieht das was wir gebaut haben meiner meinung nach auch schon richtig gut aus auch die sticker die wir hier verkleben sind zwar von der art und weise die günstigsten sticker sind keine transfersticker sondern ganz normale sticker zum aufkleben aber sie haben den farbton von dem silber erstaunlich gut getroffen es gibt eine leichte abweichung die sieht man aber nur beim genauen hinschauen also das auch ein absoluter pluspunkt auch die anleitung ist bisher absolut verständlich da gibt es gar keine probleme und das ganze ist wirklich einfach jeder der schon 1 2 dänische sets gebaut hat bekommt auch dieses set bisher hin und durch all diese sachen macht es bisher auch wirklich sehr viel spaß ich hoffe dass das so bleibt und wir sehen uns gleich mit dem fertigen set wieder und da steht doch auch schon das generische fahrzeug mit italienischer identität vor uns unschwer zu erkennen an der tricolore die öfter an diesem fahrzeug zu finden ist und ich muss sagen ich hatte sehr sehr viel spaß damit nicht uneingeschränkt es gibt auch kritikpunkte aber wie immer fange ich mit dem positiven an und das ist meiner meinung nach das aussehen natürlich wenn man nicht auf diese modernen hyper cars steht dann steht man auch nicht auf dieses auto aussehens mäßig aber wenn man die mag finde ich haben die diesen style hier sehr sehr gut getroffen schön gezackt und auch einfach böse das gefällt mir für die preiskategorie aussehens mäßig wirklich sehr sehr gut und die silbernen steine machen hier noch einmal sehr viel vom aussehen aus grundsätzlich gefallen auch die sticker aussehens mäßig da werden wir aber gleich noch mal über einen punkt sprechen von hinten gefällt er mir auch gut seine schokoladen seiten hat er meiner meinung nach aber längst auf der seite wenn man ihn so seitlich von vorne anschaut sieht er auch gut aus die große schwachstelle die front wenn man sie von etwas unten anschaut dann sieht die nicht so wirklich bombastisch aus das finde ich aussehens mäßig die größte schwachstelle die ich ihm aber gut verzeihen kann und ein negativpunkt muss ich beim aussehen auch natürlich einstreuen und das ist die scheibe denn dieser scheibenprint hier oben trifft das fahrzeug überhaupt nicht den metallikton nicht mal annähernd einen anderen grauton auch nicht also das ist wirklich eine große schwachstelle die das aussehens mäßig noch mal leicht verhageln kann ich kann damit grundsätzlich noch leben denn das ist nicht nur bei solchen günstigen herstellern so das ist auch bei anderen herstellern öfter der fall aber hier müsste auf jeden fall nachgebessert werden damit es nicht mehr so extrem auffällt vom verbauen haben wir etwas weichere steine als vom denen da haben wir darüber gesprochen es ist aber ein sehr sehr angenehmes baugefühl und jeder stein hält am ende vom aussehen gefallen mir natürlich die silbersteine schon mal sehr gut die angusspunkte stechen hier nicht allzu sehr heraus und auch in den anderen teilen die wir zwar in einer nicht allzu großen stückzahl dabei haben halten sich dinge wie farbabweichungen auf jeden fall in grenzen also für die preiskategorie 8 euro für ein 8 noppen breites fahrzeug oder selbst wie jetzt 10 euro ist das eine wirklich tolle steinequalität aber jetzt kommen wir zu den kritikpunkten ich habe schon gesagt die front gefällt mir aussehensmäßig wenn man sie wirklich von vorn betrachtet nicht allzu gut seitlich geht das besser von vorn es ist okay aber jetzt keine schönheit über die scheibe haben wir ebenfalls gesprochen das muss auf jeden fall nachgebessert werden wenn ihr mich fragt die sticker an sich finde ich nicht kritikwürdig dass sie dabei sind die umsetzung finde ich teilweise kritikwürdig an den meisten stellen stören sie mich nicht aber zum beispiel wie hier vorn oder hier oder auch über diese steine kleben wir sticker über zwei oder mehr steine und das stört mich immer sehr hier würde ich wieder empfehlen skalpell nehmen das dünn durchtrennen damit man das auch wieder auseinander bauen kann wenn einem sowas wichtig ist wenn ihr das für immer so stehen lassen wollt dann ist euch das natürlich nicht wichtig aber ich mag es einfach nicht wenn sticker über mehrere steine geklebt werden und das hat auch für mich nichts damit zu tun ob es ein günstiges oder ein teures modell ist man kann ein sticker auch auf dem genau selben bogen für dasselbe geld sicherlich trennen deshalb das ist für mich ein kritikpunkt ein weiterer kleiner kritikpunkt wenn wir hier in das cockpit gucken ist dort wirklich gar nichts los und das erinnert mich eher an einen alten rallye wagen bei dem man alles rausgerissen hat mehr als an ein hypercar da hätte man auch noch mal mehr rausholen können selbst wenn es dicker gewesen wären als armatur noch mal mehr angedeutete sitze da wurde meiner meinung nach eine chance vertan die felgen finde ich auch etwas langweilig aber gut die sieht man ja schon auf dem produktbild und das war so gut wie alles an kritikpunkten zumindest an dem fahrzeug selbst und da seht ihr für die preiskategorie sind das auf jeden fall keine kritischen sachen das würde ich bei einem preis von über 20 euro natürlich noch einmal anders bewerten dann würde so etwas wie die scheibe oder auch die sticker die über mehrere steine geklebt werden noch mal viel viel mehr ans gewicht fallen als bei so einem set wo man für acht bis zehn euro dieses set auch noch mit schönen silbernen steinen bekommt die in einer ordentlichen qualität daher kommen wir haben auch noch nicht nur das fahrzeug dabei sondern wir haben eine figur dabei die sehe ich aus gründen aber kritisch denn die sieht natürlich sehr sehr ähnlich aus wie die figuren die wir beim dänischen marktführer haben hier kann es dazu kommen dass die figure vielleicht im zoll hängen bleiben könnte wenn man ganz viel pech hat deshalb würde ich euch empfehlen wenn euch diese figur nicht allzu wichtig ist dann lasst sie am besten weg kontaktiert den verkäufer dass er es vorher aus dem paket nimmt und dann kann hier weniger schief gehen die figur an sich ist jetzt sowieso nicht die interessanteste nur die brust ist bedruckt die arme die beine und alles andere sind nicht bedruckt die arme sind natürlich beweglich genauso wie die beine das ist qualitativ absolut in ordnung wir haben bei dem kollegen dieses motivierte verbissene gesicht ein wendegesicht haben wir nicht also wie gesagt die figur ist okay aber ich könnte da sehr gut drauf verzichten und würde dann diesem risiko was immer mitschwebt dass das ganze vielleicht irgendwo abgefangen wird aus dem weg gehen was mir persönlich an dem fahrzeug gefällt und ich weiß dass es andere wahrscheinlich stören könnte ist dass wir ja auch noch ein paar noppen sehen ich finde das ist hier schön eingearbeitet es ist nicht zu aufdringlich es ist aber auch nicht alles gefliest man erkennt noch es ist ein klemmbaustein set und das gefällt mir in dem rahmen wie es hier eingearbeitet wurde ziemlich gut und ist für mich deshalb kein kritikpunkt also auch wenn es hier kleine problemchen gibt wir haben darüber gesprochen ist das für mich für den preis ein absoluter no brainer da muss man nicht lang überlegen das kann man sich bestellen hat einen kurzen bau vielleicht eine halbe bis stunde je nachdem wie schnell man baut und hat am ende ein meiner meinung nach schönes fahrzeug dastehen man kann wenn man die sticker weglässt die es lieber einen teil auch noch für andere sachen verwenden und damit ist das für mich eine uneingeschränkte kaufempfehlung wenn ihr zumindest auf fahrzeuge im speed champions maßstab steht jeder der das nicht mag hat damit natürlich keine freude genauso wie wenn euch das originale vorbild was ja natürlich überhaupt nicht existiert nicht gefällt das klammere ich natürlich aus aber sonst ist das eine absolute kaufempfehlung hier kann man nicht viel falsch machen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und aber da in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein euer valleybrick